Ja, hey Du, Angst und Panik ist manchmal, ja, etwas, was uns begegnet, unverhofft und was sich mega unangenehm anfühlen kann. In dieser Meditation lade ich Dich ein, dass wir da gemeinsam durchgehen und vielleicht sogar ein bisschen Lebenskraft frei wird für Dich, wenn die Angst sich langsam verwandelt. Zuallererst lade ich Dich ein, zu überlegen, was jetzt im Moment die beste Körperhaltung für Dich ist. Sitzt Du gerade? Wenn ja, dann schau mal, wie Du gerade da sitzt. Ist es angenehm für Dich? Manchmal, wenn wir Angst haben, ist es schön, ein großes Kissen gegen uns selbst zu drücken oder vielleicht sogar eine Decke zu nehmen, uns einzuhüllen. Schau mal, was gerade am besten, am angenehmsten für Dich ist und zwing Dich bitte nicht dazu, gerade da zu sitzen oder in irgendeiner aufgesetzten Meditationshaltung zu sein. Sondern wenn Du merkst, ich würde mich am liebsten ganz klein machen und zusammenziehen, zusammenrollen, einigeln, mach das doch einfach. Mach das einfach. Gerade wenn Du jetzt ein bisschen für Dich bist, geh diesen Bedürfnissen, diesen Impulsen nach. Dein Körper gibt Dir Signale, die heilsam sind, die Dir Wegweiser sein können. Jawohl, wenn Du magst, beginnen wir erstmal damit, den Boden zu finden, die Stabilität, die jetzt in diesem Moment da ist. Ängste und Panik geben uns manchmal das Gefühl, die ganze Welt bricht ein. Und schau mal mit Deinen Füßen oder wenn Du liegst, mit der ganzen Rückseite Deines Körpers, ist es möglich, die Stabilität zu finden, die jetzt gerade wirklich da ist. Und nicht nur zu wissen, ich weiß, im Kopf der Boden ist da, sondern zu fühlen, kann ich da hinspüren und erkunden, ist der Boden wirklich da? Kann ich sogar mit meinen Füßen vielleicht gegen den Boden drücken und erkunden, ist der Boden stabil? Wenn Du auf einem Stuhl sitzt, vielleicht kannst Du mit Deinem Rücken ein bisschen gegen die Rückenlehne drücken und schauen, ist die Rückenlehne von meinem Stuhl, ist die Sitzfläche von diesem Stuhl, ist die stabil? Gib mir die Halt. Und vielleicht kannst Du sogar irgendwas berühren, wenn Du einen Tisch vor Dir hast, kannst Du Deine Hände auf diesen Tisch legen und einfach mal spüren, ist dieser Tisch stabil? Steht der stabil und ruhig da, ohne dass Du jetzt irgendwas dafür tun musst? Stabilität. Ja, und wir finden diese Stabilität nicht, um die Angst zu verdrängen, sondern um uns mehr Fundament zu geben, mehr Raum für das, was Du gerade fühlst. Wenn Du magst, machen wir noch einen kleinen Augenspaziergang durch den Raum. Du kannst Deinen Blick ein wenig wandern lassen, am besten langsam und gemütlich einmal durch den Raum wandern, von einem Gegenstand zum anderen langsam, langsam erkunden, wo bist Du denn eigentlich gerade? Die Angst setzt uns auf den Tunnelzustand und wenn wir uns ganz bewusst orientieren, unseren Blick wandern lassen, dann merken wir, hey, wo bin ich eigentlich gerade? Und vielleicht siehst Du sogar Dinge, die Dir Geborgenheit vermitteln, die Dir deutlich machen, hey, ich bin eigentlich gerade in einem einigermaßen sicheren Umfeld. Du darfst Du darfst das einfach mal erkunden und ruhig auch nach hinten schauen, hinter Dich. Gerade manchmal haben wir Ängste, wo wir das Gefühl haben, irgendwas ist hinter uns, irgendwas sitzt uns im Nacken, dann tu Dir den Gefallen, schau Dich um, schau über Deine Schulter, schau nach hinten, schau, was wirklich hinter Dir ist. Ach, ach, da ist ja nur eine Wand oder ach, da ist mein Schrank, mein Regal. Ach ja, sehr gut. Wunderbar. Toll gemacht. Dann lade ich Dich ein, ein klein wenig mehr zu Deinem Körper zu kommen und zu schauen, was fühlst Du denn gerade im Körper? Du musst dabei nicht still sitzen, wenn du merkst, ich bin so ein bisschen hibbelig und unruhig, die Angst, die rast so in mir. Dann gib dir doch die Möglichkeit, schon jetzt nebenbei ein klein wenig in Bewegung zu kommen. Ich habe das jetzt auch gerade schon gemacht, mich so ein bisschen zu bewegen, was man in der Schule nie durfte. Aber jetzt darfst du das. Wir müssen nicht künstlich still sitzen. Jawohl. Und wenn du merkst, kannst du ein bisschen anfangen, in die Nähe von deinem Körper zu kommen, mit deiner Wahrnehmung. Und einfach erst mal zu schauen, in welcher Haltung ist dein Körper gerade, wie ist so die Stimmung? Und wo fühlst du denn etwas im Körper, wenn die Angst oder die Panik noch da sind? Wo spürst du die denn? Was fühlst du in deinem Bauch? Was fühlst du in deinem Brustkorb? Was machen deine Schultern gerade? Deine Hüften? Wie sind die Arme? Sind die ganz angespannt oder ganz schlaff und leblos? Wie sind deine Beine? Sind die hibbelig, hobbelig? Wie hart wie Stein, wie Holz? Wie ist denn da so die Stimmung? Ist es neblig in deinem Kopf oder ganz klar? Wenn du kurz mal auf deine Ohren achten möchtest, sind deine Ohren so ganz wahnsinnig weit offen, ganz hyperaufmerksam, wachsam. Wie ist denn gerade so die Stimmung im Körper? Und wir erkunden das nicht, um es zu verändern, sondern erst mal nur, um es wahrzunehmen, nur um uns selbst zu begegnen und zu merken, ah, das ist, ah, das ist, was mein Körper gerade macht. Und wenn du kannst, kannst du sogar willkommen heißen und sagen, Hallo, Spannung im Bauch, hallo, unruhige Beine, hallo, schlaff runterhängende Arme, schön, dass ihr da seid, schön, euch zu fühlen. Ihr erzählt mir, wie es euch geht, ihr bringt eure Erfahrungen mit und ich bin einfach nur da und nehme das jetzt an und nehme das wahr. Und dann lade ich dich ein zu spüren, ob es irgendwo in deinem Körper einen Impuls zur Bewegung gibt, einen Drang zur Bewegung. Angst und Panik sind die Körperreaktionen, die den Körper in Bewegung setzen wollen, damit wir weglaufen können, damit wir uns in Sicherheit bringen können. Und da ist oft ein Schwall Energie in uns, die eigentlich sich bewegen möchte. Das heißt, auch wenn du sitzt, schau mal, ob deine Beine eigentlich weglaufen wollen. Und das geht im Sitzen, dass du deinen Beinen vielleicht einfach erlaubst, sich ein bisschen zu bewegen auf deinem Stuhl, vielleicht kannst du die Füße abwechselnd auf den Boden drücken und einfach mal so schauen, spielerisch schauen, ah, ja, da ist was wie weglaufen oder vielleicht merkst du es eher in den Armen, wie die Arme sich bewegen wollen oder es gibt vielleicht auch eine Bewegung in deinem Gesicht, ein Gesichtsausdruck. Und schau mal, ob das möglich ist, statt festzuhalten, ganz langsam in diese Bewegung reinzugehen und zu sagen, ich darf, ich darf weglaufen, ich darf mich klein machen und zusammenziehen oder was auch immer dein Impuls ist. Du darfst, es ist erlaubt, es ist möglich. Kann sein, dass du früher mal in Situationen warst, da durftest oder konntest du nicht weg, aber heute, heute kannst du, heute darfst du. Und wir können die kleinen Micro-Movements benutzen, um diese riesigen Überlebensreaktionen durchfließen zu lassen. Zwischendurch, wenn so eine Lauf-Weg-Rennwelle, wenn die durchgeflossen ist, denke immer wieder daran, eine Pause zu machen, innezuhalten. Vielleicht magst du mit deinen Händen wieder irgendwas Stabiles berühren, vielleicht den Schrank, den Stuhl, den Tisch vor dir berühren und merken, da ist was Stabiles. Ich komme aus der Bewegung wieder zurück zu etwas Stabilem. Ich komme aus dem Weglaufen in die Sicherheit, ans sichere Ufer, in den sicheren Raum. Genau, wenn du magst, schau mal, ob noch eine Bewegungswelle kommt, vielleicht noch ein bisschen tiefer. Schau mal, was da aus dem Bauch kommt, aus der Körpermitte. Wenn du ein Regenwurm wärst, dann was für Bewegungen würden sich da rauswinden und rausringen und geh mit diesen Bewegungen einfach mit, wenn das möglich ist für dich. Auch wenn du dich vielleicht dabei erstmal komisch fühlst oder nicht doof vorkommst. Das sind die alten Urteile. Wir haben einen Körper und wenn der Körper Angst oder Panik hat, dann möchte er sich mobilisieren, sich in Sicherheit bringen und wir ermöglichen ihm das gerade. Achte mal auf dein Kiefergelenk. Das Kiefergelenk ist ein ganz großes Tor in unserem Körper und manchmal ist es ganz fest verschlossen. Guck mal, ob du so einen Millimeter öffnen kannst. Manchmal merkt man richtig, wie auch aus dem Bauch Gefühle, Energien, Bewegungen vielleicht durchrollen können. Und manchmal, wenn der Körper in Angst ist, gibt es auch Töne, die aus uns rauskommen wollen. Und wir müssen nicht unbedingt jetzt alle Töne mit unseren Stimmbändern, mit unserer Stimme direkt umsetzen. Manchmal reicht es auch, energetisch zu fühlen. Oh, da ist ein Angstschrei in mir oder ein Angstgeräusch in meinen Zellen. Da ist ein Brummen, ein Tosen, ein Tönen. Energetisch. Lass es durchrollen und vielleicht sogar mit deiner Bewegung spür, wie dieser Angstschrei mit den Muskelbewegungen durch den Bauch, durch den Hals nach außen rollt und energetisch, ohne dass wir unsere Nachbarn damit erschrecken, kann das so laut durchrollen, wie du magst, so lange, wie du magst. Und diese tiefen Töne können wir entladen, die Töne der Angst, die können wir entladen und vielleicht in den Wald reinströmen lassen, in die Weite, ins Weltall und merken, ach, jetzt muss mein Bauch diesen Angstschrei nicht mehr halten, ach, wie schön jetzt. Ja, es ist ein bisschen leichter dann vielleicht auch. Was du auch machen kannst, ist, auf deinen Atem zu achten, einfach nur zu erkunden, wo ist denn mein Atem gerade, nicht, um den Atem zu verändern. Wir haben jetzt keine Vorstellung, wie der Atem sein soll, sondern wir fühlen einfach nur, irgendwo ist der Atem. Manchmal in angstvollen Momenten wird der Atem ganz flach und das hat auch seinen Sinn und dann lassen wir den Atem ganz flach im Hintergrund fließen. Manchmal, wenn die Angst sich wieder etwas löst, merken wir, ach, wie der Atem herunter in den Bauch rollt, so ein bisschen weicher wird. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand auf den Bauch legen und falls sich da was lösen mag, erlaub deinem Bauch ein bisschen gegen die Hand zu drücken und vielleicht auch unter deinen Händen ein bisschen weicher zu werden und ja, eventuell kann der Atem da auch ein bisschen mehr runter in den Bauch strömen. Schau mal, ob du deine Hüften spürst, deine Beine, deine Füße. Genau. Und genauso, wie wir vorhin begonnen haben, genauso darfst du jetzt auch wieder abschließen, indem wir den Boden unter uns wieder finden. Schau mal, nach all dem, was wir jetzt bewegt haben, was du bewegt hast, wo ist denn der Boden jetzt? Wie fühlt sich der Boden unter dir jetzt an? Kannst du den wahrnehmen? Vielleicht sogar mit den Zehen ein bisschen reingreifen in den Boden, dagegen drücken mit deinen Füßen, merken, ach ja, der Boden, ja stimmt, der ist da. Der ist da. Vielleicht gibt es was, was deine Hände festhalten können, was Stabiles, um noch mehr die Stabilität zu haben und wenn du magst, spür die Sitzfläche von deinem Stuhl, wenn du sitzt, die Rückenlehne, den Halt von heute und wenn es angenehm ist, lass deinen Blick durch den Raum wandern, einen kleinen Augenspaziergang durch den Raum. Mein Hund, der da unten unter dem Schreibtisch liegt, der hat gerade so ganz süß aufgesäuft und geschnarcht und sich auch, der ist wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen mit uns mitgegangen. Genau, vielleicht siehst du irgendwas in deiner Umgebung, was ein wenig angenehm ist, ein wenig zuversichtlich, irgendwas Lebendiges, Grünes, den Himmel, die Sonne, irgendwas, ein schönes Bild, eine Kerze, irgendwas, was du gerne siehst und wahrnimmst. Genau, und wenn du merkst, oh, das war noch nicht genug, ich bin immer noch mittendrin, mein Körper hat immer noch so viel auf Lager, dann lade ich dich ein, das Video einfach nochmal von vorne zu starten und noch einmal durch diesen Prozess zu gehen. So oft du magst, bis du merkst, ach, diese Körperspannung und diese Ladung der Angst, die ist entladen, die ist ruhiger geworden. Genau, und wenn du magst, kannst du eine weitere Meditation hinten anhängen, dann als Ergänzung habe ich eine Meditation, wo es mehr um Halt finden geht, ums Anlehnen, das ist dann vielleicht etwas, nachdem die aktive Welle durchgerollt ist, dann können wir in den Halt finden und ich verlinke dir das Video und das wird dir wahrscheinlich dann auch jetzt gleich angezeigt, das Halt finden, Anlehnen, vielleicht ist das was, was du jetzt anschließend machen magst. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.